Das ist Lea Williams. Lea ist 32 Jahre alt und wohnt in Berlin. Sie arbeitet als IT-Fachkraft und reist sehr gerne. Wer sie mehr von der Welt sehen möchte, sucht sie gerade europaweit nach einem neuen Job. Lea möchte sich weiterbilden. In der Vergangenheit hat Lea die bewährte Suchmaschine für Weiterbildung, IWWB, schon häufig genutzt. Für die Nutzung von IWWB Plus ist nicht zwingend ein Benutzerkonto erforderlich. Um aber alle neuen Funktionen ausprobieren zu können, hat Lea sich einen Account angelegt. Ein intelligenter Chatbot begrüßt Lea bei IWWB Plus. IWWB Plus ermittelt mit Hilfe von Light Assessments das aktuelle Leistungsniveau seiner Nutzerinnen. Der Suchprozess wird dadurch verkürzt und die Suchergebnisliste enthält passgenauere Weiterbildungsangebote. IWWB Plus nutzt die in Europass hinterlegten Daten zur personalisierten Auswahl geeigneter Weiterbildungsangebote. Lea ist glücklich. Sie hat den optimalen Kurs zur Umsetzung ihrer Weiterbildungsziele gefunden. Aus diesem Grund nutzt Lea die ihr angebotene Möglichkeit, an einer Nutzerstudie teilzunehmen. Verschiedene Fragebögen helfen Lea bei der Beurteilung von IWWB Plus. Ihr Feedback liest in die weitere Entwicklung des Systems ein. Die Implementierung intelligenter dialogischer Technologien, von Light Assessments zur Bestimmung von bereits erreichten Kompetenzniveaus, die Anbindung des europäischen Tools Europass, das Re-Engineering des UX-Designs sowie iterative Nutzer- und Anbieterbefragungen sichern eine zielgruppengerechte Weiterentwicklung von IWWB.